Dann kommen wir zu Reddit Relationship. Clowny, wo ist das Intro-Advice? Ist es das? Demagogie. Das ist es nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Ich glaube, das hier ist es. Reddit Relationship Advice. Mach Schluss. Mach Schluss, meine lieben Freunde. Unser erster Fall für die Leute, die neu zugeschaltet haben, die es vielleicht noch nicht kennen. Wir sind hier jeden Dienstag live um 18.30 Uhr und die Sendung wird traditionell abgeschlossen. Nicht nur mit euren Zuschriften, die hoffentlich demnächst dann auch, die demnächst dann auch hoffentlich wieder bei YouTube reinkommen können. Gibt es noch ein paar Probleme. Aber bei Twitch könnt ihr auf jeden Fall spenden. Bitspenden ab 100 Bits werden vorgelesen. Die gehen wir am Ende durch. Aber im offiziellen Teil beenden wir die Sendung immer mit Reddit Relationship Advice in der Regel. Und hier geben wir im Endeffekt den verlorenen Seelen auf Reddit, die Probleme haben, die die Leute vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht so wirklich hatten. Aus unserem besten Wissen und Gewissen, aus einer rechtskonservativen Perspektive unsere Ratschläge für ihre desolaten Beziehungen. Zum Beispiel auch hier. Mehrere Frauen gleichzeitig am Start. Hallo, kurz zu mir. Ich bin 26 Jahre alt, männlich und habe folgendes Problem, mit dem ich mich ziemlich schwer tue. Vorab, ich bin seit etwa 1,5 Jahren Single und war vorher über sieben Jahre in einer Beziehung. Das ist doch schon mal was. Das verflixte siebte Jahr, ne? Manche Männer können so locker sein und mehrere Frauen gleichzeitig daten. Wenn ich das mache, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, ein falsches Spiel zu spielen. Von meinem Aussehen her, das soll nicht überheblich klingen, könnte ich viel mehr Frauen kennenlernen, nur bin ich ziemlich schüchtern bzw. gar nicht selbstsicher. Hat jemand eine Idee, wie man vom Langweiler zum coolen, attraktiven, interessanten Mann werden kann oder generell einfach alles lockerer sehen kann? Tipps und Tricks sind willkommen. Danke. But why? But what? Ja, na super. Digga, also ich verstehe jetzt nicht, was wirklich erstrebenswert daran ist, mit mehreren Frauen gleichzeitig auf Dates zu gehen. Also vor allem, weil ich jetzt auch aus meiner Perspektive, ich könnte mich da gar nicht emotional authentisch für diese Person öffnen, wenn ich diese Öffnung auch schon gestern Abend bei der anderen Frau vollführt habe. Und geht es hier einfach nur ums Schnackseln oder geht es jetzt hier auch um die Liebe? Und in Bezug auf die Selbstsicherheit, also ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich kann man mit Selbstsicherheit einiges rausholen. Natürlich mit klassischen männlichen Verhaltensweisen, mit einem souveränen, dominanten, selbstbewussten Auftreten. Aber dahinter muss natürlich auch Kompetenz stehen. Weil Selbstbewusstsein kann man den Leuten natürlich leicht vormachen durch ein souveränes Auftreten. Aber natürlich kann man damit auch schnell zu jemandem werden, der das einfach nur spielt. Und dahinter steht aber nicht wirklich der Partner fürs Leben, sondern jemand, der die Frau nur ins Bett kriegen möchte. So ein Mensch solltest du eigentlich nicht werden, weil Selbstbewusstsein natürlich als Marker für Kompetenz angesehen wird von Frauen, aber eben noch nicht gleichbedeutend ist mit Kompetenz als Beziehungspartner. Und zum anderen, es tut mir ja leid, aber natürlich spielt das Aussehen eine riesige Rolle. Natürlich spielen deine Wangenknochen eine Rolle. Deine Gesichtsform, deine Schädelform, wie das Kinn aussieht, spielt eine Rolle für Frauen. Das sind auch manchmal Dinge, die man nicht ändern kann. Das Beste, was man als Mann machen kann, ist, ich würde es als Look-Max... Arbeiten. Arbeiten, ja. Ich würde also auch an sich selbst, auch am Körper. Ja, als Look-Maxing würde ich es beschreiben. Aber du wirst jetzt nicht deine Schönheit auf unnatürliche Art und Weise, wenn man jetzt auf diese 1-10-Skala denkt, von 6 auf 10 steigern, nur weil du ins Fitnessstudio gehst. Also man muss da auch in seiner Liga bleiben. Und natürlich werden einige Frauen nur mit dir reden, wenn du zumindest optisch ansprechen wirst, weil das ist ja der erste Eindruck, bevor das Gespräch zustande kommt. Also da alles dafür tun, dass man so gut wie möglich in seinen eigenen Möglichkeiten gut aussieht. Klar. Sich auch ordentlich anziehen, so anziehen wie Boris am besten. Kauf dir ein paar schöne... Kauf dir ein paar schöne Hemden. Muss jetzt nicht maßgeschneidert sein, aber darf auch ausgefallen sein. Ich bin jetzt selber mittlerweile, also vielleicht hat mich Boris da auch motiviert, ich bin jetzt selber jemand, der gerne verrückte Hemden trägt, mit interessanten Mustern drauf. Nicht komplett ausgefallen, ja, aber schöne Hemden könnten... Ich glaube, das hat sich auch ein Stück so... Normalisiert möchte ich nicht sagen, aber ich glaube, das ist so... Also es kann ein Eyecatcher sein und es wirkt halt, wenn es ein Hemd ist, finde ich, wirkt es halt nicht so affig. Ja. Also als wenn du jetzt einfach nur bunte, bunte, verrückte Klamotten irgendwie trägst. Aber zum Beispiel, also ein Polohemd, statt einem normalen T-Shirt anzuziehen, finde ich, macht schon einen gewaltigen Unterschied. Ja, definitiv. Also ich trage in letzter Zeit sehr gerne so schönere Flanellhemden, also nicht dieses klassische Schwarz-Rote, sondern auch mal eins, was beige-braun ist. Und das macht was her, das passt zu mir. Man muss es sich auch einfach mal trauen. Aber grundsätzlich, wir helfen ja diesem Mann jetzt hier weiter. Mach Schluss. Also mach auf jeden Fall Schluss mit der Idee mit mehreren Frauen gleichzeitig in irgendeiner Art und Weise was. Es endet nur im Desaster. Vor allem auch stochastisch wahrscheinlich, je mehr Frauen du dann wegschnackselst. Ja, es scheint ja ein Teil seiner Motivation zu sein. Ich mutmaße, es geht darum, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich damit stochastisch schon, dass du dann irgendwann auf die eine triffst. Ja, also auf die eine Psychopathin. Natürlich kannst du natürlich auch krank werden. Boris hat da schon recht, ja. Erklärt hier über die Risiken auf. Aber es kann die eine Psychopathin sein, die dir dein Leben danach zur Hölle machen wird. Deswegen so prüfe sich, was sich bindet. Und vor allem, du solltest dich eher binden, als durch die Gegend zu schnackseln. Und keine Sorge. Also mach dir keine Sorgen darüber, dass du langweiler bist. Also wenn du attraktiv aussiehst, dann wird die große Langeweile erstmal nicht aufkommen. Aber wie gesagt, es ist ein falscher Weg, den du da im Begriff bist, zu beschreiten. Ja, und wenn du selbst ein schlechtes Gewissen hast und ein Gefühl, dass du da ein falsches Spiel spielst, dann liegt es daran, dass du ein falsches Spiel spielst und sehr wohl ein schlechtes Gewissen haben solltest. Irgendwo kommt das ja her. Man darf auch mal auf seinen Bauch hören. Mach es nicht. Mach es nicht. Was sagen die Kommentare? Wo ist das Problem? Date einfach eine Frau. Schau, ob es passt. Und wenn nicht, suchst du weiter. Finde mehrere gleichzeitig zu daten kein gutes Ziel? Würde mich da auch nicht gut fühlen. Danke. Ich habe das Gefühl, dass da etwas Falsches von dir angestrebt wird. Personen, die super viele Dates haben, sind nicht unbedingt lockerer oder cooler. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das sage ich dir als Person, die sehr aufgeschlossen ist. Die Entchen, Anna, schreibt das hier. Wenn du dich damit wohler fühlst, nur eine Frau zu daten, ist das doch absolut in Ordnung. Na Gott sei Dank. Da solltest du deine Überzeugung nicht über Bord werfen, nur um irgendwelchen Ansprüchen von außen gerecht zu werden. Ja. Also mach es nicht. Also versuch die Frau deines Lebens kennenzulernen. Eine Familie mit Kindern ist der beste Indikator für ein langfristiges Lebensglück, mein Freund. Du willst deinen 50. Geburtstag doch nicht alleine feiern, oder? So. Nächstes Ding, Boris. Verliebt in eine Frau aus meiner Freundesgruppe, obwohl ich in einer festen Beziehung bin. Das ist es gar nicht. Ja, also, was soll denn da schief gehen, ne? Ich stecke gerade in einer ziemlich komplizierten Situation und bräuchte etwas Rat. Ich, männlich 23, bin in einer festen Beziehung und sehr glücklich mit meiner Freundin. Ja, Alter, du bist so glücklich mit deiner Freundin, dass du dich in eine andere verliebst. Ja. Wir sind seit sieben Jahren ein Paar. Da haben wir es wieder, ne? Das siebte Jahr. Vor kurzem habe ich jedoch festgestellt, dass ich mich zu einer Frau aus meiner Freundesgruppe hingezogen fühle, die ich im Studium kennengelernt habe. Wir verstehen uns gut und verbringen viel Zeit zusammen in der Gruppe, obwohl ich keine tiefen Gefühle für sie habe. Gefällt sie mir von ihrer Art und ihrem Aussehen sehr. Und irgendwie geht sie mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Ja, es ist, dann würde ich mal vorschlagen, schlägst du sie dir mal aus dem Kopf, weil du bist mit deiner Partnerin seit sieben Jahren zusammen. Ich frage mich übrigens, machst du da nicht auch mal irgendwann einen Antrag? Also nach sieben Jahren ist er auch irgendwann mal, also offenbar bleibt ihr ja zusammen. Da könnte man ja, schau mal, ich nehme jetzt mal an, dass die sich nicht verlobt haben und das auch noch keine Familienplanung. Sonst hätte er es ja vielleicht geschrieben. Ich lese auch gleich weiter, Leute. Das sorgt aber auch für solche Unsicherheiten, wenn man sich nicht festbindet im Sinne von, okay, wenn wir ja nur zusammen sind, lasse ich mir immer eine Hintertür offen, weil der Umstand aus einer Ehe rauszukommen oder wenn dann halt noch Kinder im Spiel sind, ist deutlich aufwendiger, als zu sagen, okay, ich beende die Beziehung und wir machen dann irgendwie eine getrennte Haushalte und so. Also das ist ja, das zeigt ja auch, dass irgendwer ja dann noch nicht bereit dazu ist und in der Regel würde ich ja sagen, läuft, kommt das vom Mann aus. Ja, klar. Das zu fragen, ich meine gut, mit 23, sieben Jahre, irgendwie mit 14, nee, was dann? 16. Ja. Ja, ist, würde ich sagen, grundsätzlich noch jung, aber, also ich glaube, natürlich kommt das vor, dass man andere Leute attraktiv findet, wie du ja gerade gesagt hast. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ja, klar. Nur, die Frage ist ja auch, also wie weit lässt du das in deinen Kopf rein? Wenn man über die Straße läuft und da sieht man jemanden, derjenige ist halt attraktiv, dann denkt man vielleicht auch noch später irgendwie, boah Mensch, da habe ich heute aber jemanden getroffen, der sah aber gut aus. Aber, das, das sollte sich ja nicht verfestigen oder dazu führen, dass du einen Beitrag im Internet verfasst, wenn deine Beziehung, in der du bist gerade, also wenn das eine glückliche ist. Ja, vor allem, weil wir ja auch, also du bist ein Mann, ein Teil von Männlichkeit, sollte auch sein, im Sinne der geringen Verträglichkeit. Auch im Sinne anderer typisch männlich konnotierter Persönlichkeitseigenschaften. Nicht emotionskalt zu sein. Bitte nicht falsch verstehen, aber doch bitte mindestens seine Triebe unter Kontrolle zu haben. Das, was du da empfindest, es gibt ja, es gibt ja Leute, die sind objektiv einfach schön. Die gibt es bei, auf der männlichen und auf der weiblichen Seite. Und diese Leute werden nicht auf einmal unsichtbar in einer Beziehung. Man nimmt diese Leute wahr. Und es ist deine Aufgabe, als ein Partner von deiner Freundin, dir diesen Gedanken aber relativ schnell wieder aus dem Kopf rauszuschlagen, weil du bist da mit deiner Partnerin und mit der bist du sieben Jahre zusammen, Alter. Und offenbar, also wenn man da auf solche Gedanken kommt, also entweder hat man nicht die Selbstkontrolle oder zum anderen, ihr steht seit sieben Jahren auf einem Fleck und geht halt keinen Schritt weiter. Weißt du, die wichtigsten Lebensentscheidungen, die trifft man innerhalb von wenigen Sekunden. Und nach diesen Lebensentscheidungen wird das Leben nicht leichter, aber es wird auf jeden Fall intensiver. Und wenn man in einer Beziehung weitere Schritte geht, sind das Schritte, die macht man ohne Fangnetz. Das Leben hat kein Fangnetz, jetzt abseits vom Sozialstaat. Ja, so eine Entscheidung wie, wir gehen jetzt aufs nächste Level, wir wollen eine Ehe, wir wollen jetzt Kinder. Das sind Entscheidungen, die werden sehr schnell getroffen, in wenigen Sekunden. Sie werden dein Leben beeinflussen und das sind Entscheidungen, ohne dass es da irgendeine Sicherheitsleine oder ein Fangnetz gibt. Komm aus einer Ehe wieder raus in Form einer Scheidung. Das ist unglaublich unangenehm. Komm aus einer Familie mit Kindern wieder raus, ohne dass es langfristig immer wieder schlimm werden wird. Das ist ein Risiko, was man eingeht. Aber ihr seid seit sieben Jahren zusammen. Macht diesen Schritt doch einfach. Anstatt, also du merkst ja, ihr steht ja gerade so sehr auf einem Punkt, dass du dich jetzt schon für irgendeine andere Frau aus dem Studium interessierst. Schlag dir das aus dem Kopf und mach die Sache einfach fest oder beende sie. Das wäre mein Punkt, also jetzt schon an der Stelle, weil manche Entscheidungen muss man treffen, damit es eben noch intensiver wird in dieser Partnerschaft. Wenn man kein Ziel hat, was man anstrebt, ja, was macht man da eigentlich? Ich mach mal weiter. Besonders kompliziert macht es die Situation, dass sie ihren Freundinnen erzählt, dass sie mich toll findet und sie meine Art sehr mag. Sie macht mir zudem auch sehr oft Komplimente. Ich möchte ihre Gefühle nicht verletzen oder unsere Freundschaft oder die Gruppendynamik gefährden. Das ist keine Freundschaft mehr. Das ist eine Lüge. Also abgesehen davon, dass ich immer noch die Meinung vertrete, es gibt keine wahre Freundschaft auf platonischer Ebene zwischen Mann und Frau, es sei denn, der eine ist für den anderen so maßlos unattraktiv, dass man ihn noch nicht mal als Vertreter des anderen Geschlechts wahrnimmt. Ja, also ich würde auch sagen, dass das ein Grundsatz ist und für alle Grundsätze gibt es Ausnahmen. Genauso glaube ich, dass es bestimmte Konstellationen geben kann, wo jemand mit einem Ex-Partner noch befreundet ist. Das wird es alles irgendwo geben. Die Wahrscheinlichkeit, aber dass das halt funktioniert. Also ich wäre dann eher auf der Seite, ich fühle mich wohler damit, wenn das nicht der Fall ist. Ja, wer kennt sie nicht? Die Freunde, mit denen man schon gef***t hat, ne? Ja, ist ja so. Also wie gesagt, für alles gibt es halt irgendwie, gibt es eine Ausnahme und wie gesagt, aber als Grundsatz nur, das hätte ich auch die Frage, okay, warum hat denn jemand tatsächlich noch irgendwie Kontakt zu einem Ex-Partner? Wie kommt das zustande? Warum ist das so? Und da habe ich schon einige wilde Theorien und Geschichten drüber gehört und das war alles irgendwie, ich habe auch einen guten Kumpel, der ist noch mit seiner Ex-Freundin ziemlich gut befreundet. Die sehen sich auch regelmäßig auch einfach nur so zum Quatsch und Kaffee trinken, aber das ist halt, ja, also mit Ausnahme wäre das ja, glaube ich, noch nicht umschrieben. Also ich sage mal, du kannst, manche Dinge kannst du ausschließen, dass es, und wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwie gegen Null läuft oder im Promille-Bereich ist, dann kannst du ja eigentlich sicher sein, dass da irgendwas, wie die Jugend sagt, da ist was zass. Man kann von einer generellen, dahinter steht eine generelle Wahrheit, ja, eine generelle Wahrheit, die in ganz vielen Einzelfällen Ausnahmen haben darf, aber generell gesehen nicht haben wird. Wir haben auch Studien dazu, dass man Männer und Frauen gefragt hat, die als ausgesprochen platonisch in diese Studie reingegangen sind. Die hat man untereinander natürlich getrennt und befragt und natürlich auch sie unterschreiben lassen, dass sie nicht darüber reden werden miteinander, nicht damit diese sogenannte Freundschaft nicht torpediert wird. Und man hat festgestellt, dass eben die Frauen wesentlich öfter das romantische Potenzial, was der andere für einen hat, unterschätzen und genauso überschätzen die Männer überproportional oft das Potenzial, dass da mehr draus wird, als die Frauen. Also die Frauen schließen es mehr aus als der andere und die Sache ist aber leider die, sobald das einer anders sieht, ist das halt auch keine Freundschaft mehr. Und das ist ja in dieser Situation ja wohl genauso. Wenn die anfangen, dir Komplimente zu machen, mit Freundinnen über dich zu schwärmen, Alter, dann ist die in dich verknallt. Und da verletzt du auch keine Freundschaft mehr, da verteilst du einfach nur einen vollkommen fairen Korb, wenn du diesen Kontakt abbrichst und zwar ihr gegenüber fair, weil sie sich falsche Hoffnungen macht, mit jemandem zusammenzukommen, von dem sie vielleicht gar nicht weiß, dass er eine Freundin hat. Und es ist fair gegenüber deiner Freundin, weil du mit der Frau seit sieben Jahren ein Paar bist. Also scheiß mal auf die Gruppendynamik. Die sei aus dem Freundeskreis heraus, das heißt, die wird ja schon wissen, dass der einen Freund hat oder nicht. Ja, dann ist es aber, ja, dann, ich lese mal weiter. Ja. Ich möchte meine Beziehung zu meiner Freundin schützen und gleichzeitig meine Freundschaften bewahren, ohne dass meine Gefühle für diese Frau die Situation belasten. Ich bin mir unsicher, wie ich am besten mit diesen Gefühlen umgehe. Der beste Umgang mit diesen Gefühlen ist nicht mit ihnen umzugehen, mein Freund. Was ist dir wichtiger? Eine gute, in Anführungszeichen, Freundschaft mit einer Frau, die in Wirklichkeit eigentlich mehr von dir möchte und gleichzeitig dieser innere Zwietracht in dir, dieses Hin- und Hergerissensein oder halt wenigstens klare Verhältnisse. Also, du bist ja an einem Scheideweg, mein Freund. Also, diese Frau wird dir immer mehr Komplimente machen. Also, nehmen sie doch mal zur Seite und sage, ey, also vor allem für Frauen ist es wenig, wesentlich weniger schlimm, einfach nur befreundet zu sein mit einem Mann. Ja, also, nehmen sie zur Seite und sage, ey, Schätze kennen, ihr habt eine Freundin. Was auch immer du da gerade versuchst, ist übrigens abgesehen davon übelst unattraktiv, wenn Frauen versuchen, was bei Männern zu erreichen. Wir Männer fühlen uns allgemein auch besser, wenn wir diejenigen sind, die eine Initiative ergreifen. Auf mich persönlich würde das sowieso ein bisschen abtörend wirken, aber sei es drum, bei ihm ja anscheinend nicht. Lass es einfach. Ja, und wenn dadurch diese Freundschaft zerbricht, immerhin läuft diese Beziehung da noch weiter, die du hast oder du musst reflektieren, ob die überhaupt noch einen Sinn ergibt, diese Beziehung, wenn ihr nach sieben Jahren immer noch nicht den nächsten Schritt machen wollt. Letzter Satz, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnt ihr mir Ratschläge geben, wie ich in dieser komplexen Situation mich verhalten sollte? Ich wäre sehr dankbar für eure Meinung und Ratschläge. Ja, spielst du ein bisschen mit dem Feuer, ne? Die Frau ist in deinem Kopf und du kannst in diesem Äquilibrium nicht langfristig verharren. Also bitte, Friendly Fire, ja, sag dieser Frau, das wird nichts. Also einer von beiden, einer von beiden musst du sagen, das wird nichts. Jetzt musst du nur entscheiden, welche. Was sagen die Kommentare? Ich denke, je mehr du dich in deinen Gedanken hingibst und diese Frau auf ein Podest hebst und anhimmelst, umso attraktiver wird sie für dich. Vor allem, wenn du die Gedanken weiterspinnst und dir die Zukunft mit ihr ausmalst, da kann dann deine reale Freundin nicht mithalten und wird unattraktiver. Wenn du wirklich die Beziehung mit deiner Freundin weiterführen wirst, würde ich mich erstmal etwas von der Frau distanzieren und dir klar werden, was dich an ihr so reizt und welche Signale du ihr sendest, vor allem in der Gruppe nichts zu Zeit machen, schreibt man so, weiß sie denn, dass du eine Freundin hast? Er antwortet, ja, sie weiß, dass ich eine Freundin habe, nur mögen tut sie meine Freundin nicht. Ach so! Ja, das ist ja, also das ist ja mal, also die mag, die mag nicht den Partner von dem, den sie anflirtet. Das ist ja mal, also wirklich, also wir können nicht erkennen. Aber er will die Freundschaft nicht ruinieren. Also wenn ich da jemanden hätte in einem Freundeskreis und das ist ein guter Freundeskreis und derjenige kann meine Freundin nicht ausstehen, dann ist das ein Problem und im Prinzip musst du ja auch eigentlich, es ist deine Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass dein Freundeskreis, dein Partner, deine Partnerin gut leiden kann und es gibt auch nichts, was du irgendwie sagen solltest, was dazu führt, dass irgendein Kumpel deine Freundin jetzt Kacke findet, indem du dich ständig irgendwie nur darüber aufregst oder irgendwie über die ablässt, also aus welchem Grund solltest du das wollen? Das macht man nicht. Also ich habe Freunde, die mir was bedeuten und du hast deinen Partner, der dir quasi alles bedeutet und warum sollte ich dafür sorgen, dass jemand denjenigen nicht leiden kann? Also eigentlich sollte ich doch genau das Gegenteil davon tun und wenn es dann da trotzdem jemanden gibt, der keine Ahnung, dann ist irgendwo, hat jemand da Mist gebaut in diesem Prozess. Also irgendjemand ist auch toxisch in diesem Prozess. Also ich glaube, die Alte, die da gerade was von dir möchte, die wird das wohl auch in irgendeiner Art und Weise kommuniziert haben, dass sie deine Freundin nicht mag. Ist schon so ein bisschen toxisch, ja? Es ist fast so, als würde sie dich ein bisschen abwerben wollen, mein lieber Freund. Also bleib da standhaft beziehungsweise entscheide dich und steh dann zu dieser Entscheidung. Also wenn du jetzt sieben Jahre Beziehung hast, da geht es noch keinen Schritt weiter. Ihr steht da gerade, macht entweder den nächsten Schritt, damit es mal weiter geht bei euch, damit mal ein paar Babys auf die Welt kommen oder du lässt es halt, weil ich kann es auch nachvollziehen, ey, mit 16 Jahren, wie reif war da die Beziehung? Wie ist die nach sieben Jahren noch? Keine Ahnung. Also ich hatte jetzt mit 16 keine Beziehung, die sieben Jahre gedauert hat, bis ich dann 23 war. Das ist eher ein Einziffern. Wenn ich zu dem Zeitpunkt noch glücklich in der Beziehung wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwo einen Ring besorgen. Ja, natürlich. Ja klar. Da haben wir keinen Dissens. Also von daher, mein lieber Freund, also das wird dich ins Verderben fühlen, wenn du da nicht entweder den Kontakt abbrichst zu einer von beiden Frauen. Treff bitte die richtige Entscheidung. Ich würde mich für die Partnerin entscheiden, mit der ich f***ing sieben Jahre zusammen bin, Digga. Also mach Schluss mit dieser Freundschaft, wenn sie sich nicht eingesteht, dass du nicht mehr zu haben bist. Letztes Ding, wie mit meiner ersten Freundschaft Plus umgehen. Also Freunde, die f***en. Hallo Leute. Seit etwa zwei Wochen habe ich männlich 26 eine Freundschaft Plus. Diese Woche haben wir das erste Mal miteinander geschlafen. Nun merke ich, dass die Kommunikation in den letzten Tagen etwas dürftig war, verglichen mit der Norm. Was ich meine, zwei bis drei Nachrichten pro Tag statt 10 bis 15 wie am Anfang. Vielleicht mache ich mir nur zu viele Gedanken. Man hat nicht immer Zeit und Lust regelmäßig zu antworten. Dennoch habe ich die leise Sorge, dass es vielleicht doch nur ein One-Night-Stand war anstelle einer Freundschaft Plus. Oh nein! Also deine Angst ist jetzt gerade, dass du nicht dauerhaft als Masturbationswerkzeug vom anderen benutzt wirst, sondern nur einmal. Wie habt ihr das in Sachen Kommunikation mit euren Freundschaft Plus geregelt? Wie oft habt ihr euch getroffen oder geredet und wie tief habt ihr die Freundschaft Plus an eurem Leben und Leiden teilhaben lassen? Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar. Also keine Ahnung, wenn man mit einer Person, mit der man intim verkehrt, anfängt, sie an ihrem Leben und Leiden teilhaben zu lassen, also an deinem Leben und Leiden, dann ist es ja meistens eine Beziehung, oder? Mehr eigentlich. Aber ich bin gespannt auf die Antworten. Also, mein lieber Freund, also ich würde, wo führt denn das hin? Die Antwort ist nirgendwo. Ich würde es lassen. Aber das sind die Probleme von 26-Jährigen. Also ich glaube schon, kann man schon sagen, dass zumindest in der heutigen Zeit, also auch wenn wir jetzt schon Prognosen haben, dass ungefähr, ich glaube, im Jahr 2030 oder so werden tatsächlich 50% der 30-Jährigen immer noch Single sein und bei Mama zu Hause wohnen. eigentlich sollte mit 26 langsam mal eine ernsthafte Beziehung anfangen, also eine ernsthafte. Aber gut, Antworten. Also eine Freundschaft plus ist eigentlich erst, wenn ihr beide das auch so vereinbart, heißt Treffen und Kommunizieren. Man ist keine Freundschaft plus, nur weil man mal miteinander geschlafen hat. Ja vor allem, worauf ist diese Freundschaft eigentlich begründet? Also allein auf Körperlichkeit, oder? Ja. Das ist doch mal eine Freundschaft. Scheint. Das ist eine Freundschaft, die begleitet dich durchs Leben, Digga. durch dick und dünn. Lallus schreibt, ich glaube, du suchst nach einer, also der Name ist wirklich so geschrieben, ich glaube, du suchst nach einer Beziehung. Bei mir mit Freundschaft plus war so, dass wir miteinander geschrieben haben, wenn man Lust darauf hat. Manchmal täglich, aber es gab auch Tage, wo wir keine Kommunikation hatten, weil man fast ja auch, man macht ja auch die Dildo-Schublade nicht jeden Tag auf. Es war alles eher unverbindlich und wenn man Lust auf ein Treffen hat, verabredet man sich und verbringt eine schöne Zeit miteinander. Manchmal habe ich mich mit ihm mehrmals in der Woche getroffen, aber es gab auch Wochen, wo wir uns nicht getroffen haben. Es ist unverbindlich und ohne Regeln. Das ist doch mal eine feine Sache. Gibt es da noch irgendeinen brauchbaren Hinweis? Warte mal, ich gehe jetzt noch mal selbst hier in die Kommentare rein. Wobei ja der Punkt, dass er geschrieben hat, dass das klingt, als wäre er auf der Suche nach einer Beziehung, ist ja, also wenn ich mit jemandem viel Kontakt haben möchte und reden und ihm meine Probleme mitteilen und kommunizieren, dann geht es ja nicht nur um das eine, sondern da habe ich ja trotzdem noch irgendwie Interesse an dem anderen. Also das ist ja genauso, wie wenn man anfängt, was mit seinem besten Kumpel oder bester Freundin oder so anfängt, dann ist das ja auch nichts anderes als eine Beziehung. Ja. Nur man will es halt nicht so nennen, weil die Leute sich irgendwie vor Verbindlichkeiten freuen oder Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig sind, langfristig sich festzulegen auf Dinge, wo ich mir denke, es gibt ja eigentlich kaum was Schöneres als so eine Konstante im Leben, genauso wie, weiß ich nicht, länger in einem Job zu sein, in dem man zufrieden ist, lange befreundet zu sein, also einfach Dinge so über längeren Zeitraum zu pflegen. Aber anscheinend ist das nicht mehr so Trend. Er ist ein Symptom der Verweichlichung. Es gibt halt, wenn du ein weicher Mann bist, und das meine ich jetzt noch nicht mal abschätzig, dann sind das eben die Männer, die sich erstens später ins Leben heraustrauen und zum anderen die Männer, die zu verunsichert sind, um wirklich feste Bindungen einzugehen, weil damit würde man dann ja ein Commitment, ein wirkliches Aufeinander-Einlassen eingehen und damit auch eine eventuelle Enttäuschung Jahre später riskieren. Und diese Männer, die zu weich sind, sind nicht risikofreudig genug, um solche Lebensentscheidungen zu treffen. Vor allem, wir sind jetzt hier an dem Punkt, von überhaupt einfach mal eine Beziehung ernst zu nehmen. Wir sind nicht an dem Punkt, ich heirate, ich mache Kinder. Wir sind an dem Punkt, ich nenne es Beziehung und nicht einfach nur, wir treffen uns zwischendurch zum Schnackseln. Also an dem Punkt sind wir angekommen, dass da schon junge Menschen desorientiert sind und sich nicht trauen, sich auf etwas einzulassen. Das ist traurig. Die besten Lebensentscheidungen treffen wir in wenigen Sekunden und das Leben ist ein Leben ohne Fangnetz. Und daran wächst man. Man wächst durch Situationen, in die man sich bringt, bei denen nämlich klar ist, das funktioniert jetzt mal besser, weil wenn nicht, wird es scheiße. Aber dieses Risiko überhaupt eingehen zu wollen, mal eine Familie zu gründen, mal zu heiraten, das muss man sich trauen. Zur Männlichkeit dazu, das zu tun. Und in diesem Fall, naja, also er zweifelt ja, wir sind an dem Punkt, wo er daran zweifelt, ob die wirklich auch mehrfach mit ihm schlafen möchte. Unverbindlich, ohne Liebe, ohne Gefühle. Du bist da in einer ganz traurigen Situation, Digga. Also, ich empfehle, mit der Frau einfach mal zu reden, ob da nicht vielleicht einfach mehr im Raum steht, aber lass diese Freundschaft Plus Sch***. Ich rate davon ab. Mach Schluss mit der Freundschaft Plus. Fang an mit echten Beziehungen. Alles andere ist Degeneriert! Degeneriert! Und das war Reddit. Reddit Relationship Advice Mach Schluss!